Hey Leute, geht ihr auch so gerne aus? So richtig schön durch die Clubs zählen und mit deinen Freunden richtig schön Party machen? Ja, toll, oder? Nein, es hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Aber ich glaube, ich unterliege einer Verschwörung der Freimaurer, der Illuminaten, der Deutschlehrer, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen die alle verhindern, dass ich in Diskotheken oder sonst was Spaß habe. Ich meine, warum? Warum ist es denn sonst so, dass sämtliche Clubs, in die ich mit meinen Freunden gehe, alle irgendwie scheiße sind? Okay, zur Erklärung, ich werde euch ein paar Beispiele geben. Entweder es läuft in den ganzen Abend Musik auf, die ich nicht klarkomme, wie, keine Ahnung, zum Beispiel. Was? Ich meine, hä? Keine Ahnung, wie es euch geht, aber das Einzige, was ich bei so einer Mucke reißen könnte, wäre... Hol den Apfel vom Baum, steck sie in die Körbe, hol den Apfel vom Baum, steck ihn in... Fail! Und dann dieses aggressive Stroboskoplicht, ich meine... Was soll das? Ganz besonders schön sind ja auch die Momente, wo es heißt, ey, da ist ein neuer Club, lass uns den mal auschecken. Kein Thema, bin ich dabei. Und dann habe ich Angst vor allem und jedem, was da drin sich bewegt. Zum Beispiel so. Angst! Was mir außerdem auf den Sack geht, muss ich sagen, ist, dass es immer so laut ist, dass man sich überhaupt nicht unterhalten kann. Okay, ihr habt recht, chill out area. Also raus und wenn es dann allerdings mal so ruhig ist, dass man sich unterhalten könnte, passiert mir und meinem beschissenen Personengedächtnis immer dasselbe. Und ich meine immer. Immer! Hi Floyd! Na, ist klar? Hi! Äh, äh, Max, Chris, Manu, Danny, Daniel, Willi, Thomas, äh, ah! Mareike! Äh, ja. I'm so sorry! Unbekannter Mensch vom letzten Mal. Ah! Okay, okay, okay. Einige von euch demonstrieren jetzt, ey, geh doch in eine Bar. Ja, ihr habt recht. Aber ihr müsst wissen, auch die sind nicht immer ganz risikofrei. Ja, na, okay. Aber echt nur den einen Leute, okay? Danke. Uah! Hm. Ja, und weißt du was? Außerdem hasst du mich die Welt sowieso. Ich sehe es. 25 Minuten später. Wuhu! Wuhu! 16 Stunden später. 18 Stunden später. Was? Was? Ah! Und wer zur Hölle seid ihr eigentlich? Max. Chris. Tina. Kannst Mareike zu mir sagen? Ja, genau so ist das dann manchmal. Was meint ihr? Geht ihr lieber in Diskotheken oder Clubs oder doch lieber in Bars, weil ihr darauf steht, euch mit euren Leuten zu unterhalten? Und was ist das abgedrehteste, was euch so passiert ist, als ihr feiern wart? Verrate es mir auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich brauche ein bisschen was zu lernen. Und bis dahin macht's gut. Haut rein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. You're one the happy emo pirate. Fail.